Der Fels in der Brandung Der Fels in der Brandung Die werden bald fallen wie die Fliegen wenn die umgekreist werden Der Tod eines Römers ist immer tragisch. Der feindliche Heerführer ist gefallen. Der Fels in der Brandung 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 Oh Gott, es geht nur noch nach der Regel Der Fels in der Brandung 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 Let's play Room to the Wall mit den Julian! Genau. Und... Jetzt ruckert es etwas? Ich hoffe, das ist jetzt nicht dauerhaft. Okay. Ja, hoffentlich geht es jetzt. Bitte. Okay, scheint das zu klappen. Hm, hier hatte ich kleine Probleme jetzt gerade. Naja, egal. Ähm, wie ihr es vielleicht schon hören könnt, es ist kein Hintergrund mit Musik von No2War, also dies werde ich hier meine eigene Musik einfügen. Ich hoffe, ich finde wieder das Richtige. Genau. Äh, ich habe die Stadt... ...Nepte verteidigt, aber... Na gut. Es war kein Erfolg. Gut, das heißt... ...es geht gleich in die nächste Schlacht hinein. Nämlich... ...Kartago muss befreit werden... ...oder muss befreit werden? Und ich hätte noch eine Runde Zeit. Ja, lassen wir... Lassen wir sie mal scha... Ich schaue mal, ob sie angreifen. Wäre für mich einfacher, wenn sie es tun würden. Okay, und... ...die Stadt wird voraussichtlich auch bald angegriffen. Was ich eben bräuchte, wäre ein General. Ähm... ...muss mich kurz interessieren über den Stammbaum. Uh ja. Mhm. Hm. Okay. Oh Gott. So. Jetzt hatte ich gerade eine Meldung von... ...dass ich mein Java updaten sollen. Okay. Äh... ...imperator... ...beschäle! Oh, mu... ...get... ...es... ...marschämen! Gut. Stauen uns mal die Städte durch. Hm. Wie kann man das wirklich... Oh! Arcana. Die hab ich hier irgendwie nie gebaut. So. Bessere Straßen. Äh... Ja... ...Masserversorgung. Vor allem... ...Aquädukte. Gut. Hier... So eine große Stadt und keine... ...Kanal... ...Kanalisation. Ha! Hier auch. Messner. Messaner. Ja, okay. Das geht jetzt zu sehr ins Gate. Jetzt... ...kann ich da ein paar Drucken entlassen. Jungs... ...müsste gehen. Dann... ...lassen wir mal... Was ist denn? Was ist denn hier aus, an dem er heute los ist? Jetzt hab ich schon wieder ruckelt. Hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Irgendwie... ...was ruckelst du heute so? Versteh ich überhaupt nicht. Naja. Äh... General. 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 Imperator. Imperator. Herr. Scheele. 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 Ja, gebt noch ein bisschen mehr. Scheele. Herr. Weiter. Ja, da geht noch ein bisschen mehr. Herr. Herr. General. Weiter. Greif den Feind an. Siedlung wird belagert. Klarer Sieg. Dieser Boden ist römisch. Hm. Das mögen sie mich aber nicht. Gut, dann auch durch die Ausbaustufe. Tja, Siedlung wird einfach zu erobern. Okay, dann muss ich noch ein bisschen warten, bis ich diese Stadt risikofrei verlassen kann, weil die... Kann ich mir gut vorstellen, dass die schnell gegriffen wird. Wie fehlt mir noch jetzt? Sechs Regionen. Naja. Sechs Regionen und dann ist der Sieg erreicht. Ey, ey. Jetzt zerbrech mir nicht. General, marschieren! General, befehle! Herr, befehle! Jetzt wollte ich nur noch ein General. Befehle! Hm. Der scheint mir nicht gerade als Generalgeagnes sein. Amt des Zensors. Vielfraß! Hm. Nehmen wir hin. Trunkenboldt. Trunkenboldt. Naja. Es gibt schlimmere Eigenschaften, aber es scheint mir nicht ideal. Ach. Ich bin hier wunderbar verlassen. Befehle! Befehle! Imperator! Befehle! Herr! Imperator! Imperator! Immer. Ja. Gehen wir zu dir. Ausbilder. Betrauenswöde. Schwächling. Herausragende Rede. Feige. Das qualifiziert dich schon mal als General. Befehle! Herr! Befehle! Imperator! Imperator! Befehle! Befehle! General! Herr! Herr! Imperator! Schauen vor! Okay. Gut. Damit habe ich hier eine Fullstack zur Verfügung, die nicht komplett ist. Hm. Naja, egal. Auf einen Druck wird es auch nicht im Wesentlichen angekommen. Ich muss ein Risikolose was mehr bringen. Ich denke, ich schicke es ihn nach Ägypten. Weil Ägypten brennt gerade was. Dann drückt ein Antriff vom Feind. Also von der anomischen Familie in Entwarme hat die jetzt aufgeschickt. Flotte kann dort nicht hin. Da habe ich jetzt hier noch schneller eine Kontrolle und kann diese Armee verwenden. Die Flotte kann dort nicht hin. So. Wir brauchen ein paar Schiffe. Wir brauchen ein paar Schiffe. So. Und es ruckelt richtig schön. Ich bin gerade in einem Spalte, wo ich einen Flieger empfügt bin. Äh... Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich hab da kaum Hintergrundprogramme am Laufen. Jetzt kann ich nicht wissen. Das ist der Preis der Waffe. Wir kommen mit den Anwendungen. Und wir riskieren. Alles, was pure ist. Wir haben nur so groß, wie wir uns ermöglichen. Super. Schauen wir mal, was hier ein Hundmix jetzt stattfindet. Oh Gott. Das kann gerade nicht funktionieren. Okay. Okay. Wunderbar. Noch eine große Stadt. Ein Erdbeben. Super. Astronomie. Ah. Passt doch. Gut. Ich weiß nicht, was da los ist. Das war da. Naja, wird so ein... Wenn es so weiter geht, wird es dann das Weltteil, wo ich so in unterschiedlichen Zeiten aufnehme. Weil das Ruckeln ist gerade extrem störend. Okay. Ja. Mal schauen, ob es besser läuft. Nein. So. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht wieder ruckelt. Oh Gott. Vielleicht wird das noch was. Ich müsste ein Gebüter neu starten. Befehle. Also, wie lagern wir das? Die Siedlung wird belagern. Nein. Ah. Nichts. Egal. Einmal muss es klappen. Also, ich meine, was steht denn da? Oh süß. Ah, na. Es tat der Anhalt. So genau aus der Zeit vor der Majors Reform. Gut. Äh, genau. Neue Städte wurden belagert. Wie wir es mit Ruckeln, mit Ruckeln sehen konnten. Jetzt hinein in die Stücke. Gute Schossen. Oh. Oh ja. Das müsste machbar sein. Also. Ach ja. Bevor ich es vergesse. Äh, wer irgendwie mit mir was zu verspielen will. Es gibt ein Angebot seitens Minecraft. Ich hab da mit, äh, Vitan. Habt ihr schon einmal gehört. Oder in vier Folgen. Ja. Ja, genau. Let's Play Home Talur. Äh, mit Julian. Dort hat mein Server auf. Ähm, ich werde... Warum hast du mich auf den Desktop gebracht? Äh, ich werde also die Steam-Daten von ihm und Skype dann weitergeben. Ähm. Ja, und über ihn könnt ihr mich dann erreichen. Könntet ihr mich dann erreichen. Äh. Und dann könnt ihr auf dem Minecraft-Server falls Interesse besteht. Bewegung! So. Jetzt... Warum hab ich den nach hinten geschickt? Bewegung! Abdrücken! 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 Marschiert! Haltet statt und kämpft! Vielleicht hab ich ja Glück und die Truppen können bis dahinten schießen. Also meine Bogenschützen meine ich damit. Ja, 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 ja. Bogenschützen, haltet Stand und kämpft. Nach vorn. Ja. Bewegung. Legionäre. Noch was? Legionäre. Legionärskohorte. Legionärskohorte. Wartein. Wartein. Äh, willst du ja jemanden hier füllen, oder? Hier haben wir's. So. Okay. Okay. Na, kommt schon. Wird's ja wohl gehen. Oder auch nicht. Naja, stellen wir uns hier hin und jetzt schauen wir mal die K.D. haben jetzt. Wir werden angegriffen. Acht Prozent schon. Wir werden angegriffen. Wir werden angetrefft! Zwölf Prozent... Wir werden angetrefft! Ich werde kickfahren wie... Nein, weiße... 18% Keine andere! Vor allem auf den General! Achso, ne... Das ist auch nützlich! 21% Keine andere! Keine andere! Keine andere! Keine andere! Keine andere! Keine andere! Okay... Naja, 30% Naja... 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 Bogen schützen Hilftruppen! 37% Bogen schützen Keiner an den Seil! Halt den Seil! Halt den Seil! Halt den Seil! Ob er ein Ballist? Halt den Seil! Falsche Sabine sind Sie! Es ist so schön, den Feind so gemütlich abzuschießen. Okay. Gut. Dann Legionäre hier draußen. Ach, ich hätte es besser zumachen sollen. Na? Ach da. Hm. Ach so, ich dachte erst die Fliegen. Ach so, ich habe die Fliegen. Läggen! Legionnaire! Ich habe es geschafft. Okay, dann vorwärts mit euch. Hm, verdammten Ballisten. Tja, meine Pillars sind etwas mehr als deine einzelne Stati-Einheit. Ja, super, und das war im Let's Play-Time. Okay. So, äh, ja. Einheit! Vorstoß! Legionäre! Müssen die nicht nah genug sein? Nicht ganz, nicht ganz. Okay. Einheit! Was machen die da? Räumische Kavallerie! Angriff! 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 Zürich! Zu den Hürde! 3! Ratakke! Stieh auf zurück! Flieh! General! Flieh! Flieh! Räumische Kavallerie! Autsch, ich gehe mich gegen die nicht die perfekteste Kombination, also gegen die Prinzippes, die sind ja geradezu in Gavri gedacht, von den römischen Einheiten her. Und ein klarer Sieg, ein weiterer. Herausragender Kommandant. Langsam müssten sie ziemlich Lust haben. Okay, die römische Armee, hm, noch eine Schlacht? Machen wir das ab. General, bereitet euch auf die Schlacht vor. Die Siedlung wird belagert. Soll ich das startrisikofrei auflassen bin. Damit meine ich ohne Aufstehen. Oh. Oh. Moment, ja, ja. Gut. 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 Hm, die ist gut denn. Okay, wir haben schon nichts, weiter geht.